Green von den Rainbow Friends hat uns im Haus eingesperrt und wir müssen alle 24 verschiedenen Batterien finden. Können wir es schaffen? Los geht's! Es gibt ein Problem. Ich brauche deine Hilfe. Grün hat uns einfach in seinem Haus eingesperrt. Welcher Grün? Ist so welcher. Es gibt nur einen Weg, wie ihr entkommen könnt. Ihr müsst alles finden, alle Batterien, um den Code zu aktivieren bei der Tür. Ich habe gerade gesehen, dass Grün seinen Freund gelb reingelassen hat. Und Gelb ist noch schneller und kann dich schneller fangen. Oh nein, dieser von den Rainbow Friends, der. Ist so, Alter, ist so. Glücklicherweise schläft Grün noch, aber Gelb ist schon wach. Wie lange dauert es, bis Grün aufwacht? Das wäre jetzt gerade echt sehr, sehr uncool. Oh, was ist da? Nein. Nein. Grün ist aufgewacht. Grün ist aufgewacht. Okay, wo bist du, Kaspar? Er macht die Tür für uns auf jetzt, ne? Oh, okay, da bist du hier. Oh mein Gott. Okay, das geht alles los. Alter, wieso gehen wir so komisch wie Roboter? Ist so. Okay, er hat die Tür aufgemacht. Es geht los. Wir müssen alle Batterien finden. Du kannst nicht ducken, ne? Ja, ducken und hinlegen geht auch auf L. Auf L? Ja, oh Gott. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nicht L. Ich sehe gar nichts. Ach, L ist hin. Ach, L ist liegen. Ah, okay. Hä, wo muss ich denn hier hin? Hier, ich habe eine Batterie. Hier ist eine. Hinzufügen steht da. Ist das jetzt auf hier, oder was? Zack, da. Haben wir schon eine von 24 Batterien gefunden. Ey, der Bell Slipper, da ist der Typ. Ja, was denn? Das Spiel habe ich gemacht. Der hat so einen Hammer vor seinem Arm. Hier war einfach gerade. Hier war einfach gerade so ein Spind. Hier ist noch eine Batterie. Hier vorne in der Ecke. Oh, wichtig, wichtig, wichtig. Nimm die mit. Guck mal, warte, ich kann hier auch durchkrabbeln. Und hinz. Alter, wie lange braucht der das, bis er eingesammelt hat eine? Zack. Weil Taschenlampe ist wichtig, ne? Taschenlampe ist sehr, sehr wichtig. Ja, sehr wichtig. Weil ich sehe, wir haben schon sieben Batterien gefunden, ne? Alter, läuft ja richtig. Ja, jetzt richtig ab, Leute. Ist so hier vorne irgendwo, oder was? Sind hier irgendwo Batterien noch weiter? Locker hier hinten, ne? Ja, nee, nee. Nee, nee, da hat der schon gesucht, warte. Nein, ich bin fest hier. Hilfe. Nein. Jetzt, okay, ich kann raus. Wo soll man bitte schon jetzt hier die ganzen Batterien finden? Das war's da. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Warte, dass wir nach oben gehen. Hier, guck mal, der Blindfisch. Sag mal. Hinzufügen. Alter, direkt neben der Tür. Hä? Da ist gelb. Lauf weg, Boxo. Wo ist der? Was? Wo denn? Hast du ihn nicht gesehen? Wo? Er war hier drin, ey. Wo drin? Kam hier rausgelaufen vor einer Sekunde? Der Gelbe, hast du ihn nicht gesehen? Das grün, das grün. Hab ich nicht gesehen. Hä? Was? Du veräppelst mich doch wieder. Nein, wirklich, Real Talk. Du bist wieder veräppler. Ich hab geguckt, auf einmal kam der rausgelaufen. Lauf mir. Das ist doch Orange. Ja, Orange meine ich doch auch. Nein, nein, nein. Nein, grün drauf, ne? Orange kommt auch. Oh, oh. Orange ist die Treppe hoch. Einer hat gestorben. Ich bin schon eingekillt. Lauf. Was müssen wir denn machen hier? Wir müssen noch mehr Batterien finden. Wir haben gerade mal elf Stück. Elf Stück haben wir gerade mal. Ah! Äh, wo sollen denn die anderen sein? Ist hier was? Ich gehe in den Kamin rein. Hier in den Kamin. Hier kann man rein. Ja. In den Kamin? Geheimgang? Geheimgang? Nee. Willst du hier wieder... Oh nein, ist noch jemand gestorben, ne? Hä? Warte mal, grün ist gerade sehr nervig. Eiii. Bist du draufge... Oh nein, der hat sich erwischt. Mich hat grün dort geholt. Ja, wenn du nicht aufpasst, dann hast du halt selber Schuld. Ich kann auch nicht zugucken. Ey, Mann. Oh Mann. Jetzt sind die Batterien wieder auf Null. Das kann doch nicht sein. Ich kann es nicht glauben, ey. Ich auch nicht. Wie sollen wir denn alle finden? Wo fange ich denn am besten mal an zu suchen? Hier vorne irgendwo? So, ich gucke auch jetzt gerade mal. Wo kann ich jetzt hier suchen? Wir hatten jetzt... Aber das Ding ist... Ja, hier vorne ist ja keine. Ich habe auch direkt eine. Okay, ich habe... Sehr, sehr, sehr gut. Wir werden jetzt alle 24 Batterien finden. Und das Greens House in Comba. Ich habe jetzt direkt noch eine Batterie. Hier mitten im Klo. Ich habe auch noch eine. Sehr gut. Aber bitte, pass... Ja, mitten im Klo lag die gerade drin. Pass auf, dass du jetzt nicht erwischt wirst hier oder so. Ja, ich höre gerade schon jemanden laufen. Hörst du das? Irgendes Zeichen? Ne, ich höre hier gar nichts. Guck mal, also... Ah, hier ist noch was. Da waren wir eben nicht. Zeig mal. Hier ist hier noch... Ah, hier ist noch eine Batterie. Ja, sehr gut. Okay, warte. So, schön hier zu flügen. So. Sehr gut. Und zack. Anders, dass jetzt jemand um die Ecke kommt einfach so, ne? Hier liegt auch noch eine. Ah! Die leuchten. Nein. Was ist los? Lauf! Lauf weg am besten. Mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch. Help, help, help. So, ich habe hier noch mitten irgendwo versteckt hinter den Kartons. Habe ich noch einige gepunktet, oder? Hey, der ist voll schnell. Der hört nicht auf mich. Ja. Was macht der denn? Viel Spaß mit dem, Jungs. Du lockst den zu uns! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf weg. Ja. 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 Ja, Axi. Nicht uns. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich weiß, wo wir langen müssen. Okay. Hier ist auch noch... Ja, zack, Merder. Wir haben jetzt 13 von 24... Ja, ich weiß, wo ganz viele Batterien noch waren. Da waren wir eben nicht. Okay. Ah. Okay, okay, okay. So. Wir haben jetzt hier noch 10... Gelb kommt, gelb kommt! Nicht dahin, nicht dahin. Gelb kommt. Okay, können wir dahin, können wir dahin. Können wir dahin. Okay, 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 okay. Ich weiß nicht, ob man sich hinlegt, oder was? Sehen die dann einen? Waren wir hier schon drin? Ja, ja, da war ich eben schon. Da war ich eben schon. Okay. Oh Gott! Was ist? Oh Gott. Grün ist hier direkt. Oh nein. Vom Grün bin ich eben gestorben. Der wirkt so unscheinbar. Oh nein. Du musst jetzt hier rechts kommen. Rechts, 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 hier. So. Und jetzt komm lang. Wir müssen nämlich hier lang gehen. Komm mit. Okay, ja, ja, ja. Hier lang. Hier, äh... Ja. Hier lang. Durchs Wohnzimmer. Und hier sind noch richtig viele... Oh, warte mal. Da ist auch noch eine. Da kommt was, da kommt was. Da kann aber nicht klettern, oder? Nee, nee. Ich füge die gerade hinzu. Ey, okay, hat sie schon gemacht, oder? Ist hier oben? Hier kann man hoch. Was? Hier ist noch eine. Sehr gut. Ich sammel ein, ich sammel ein. Und kann man noch weiter gehen? Nee, wir springen da lieber nicht runter. Nee, nee, wir springen da lieber nicht runter. Wir können nämlich hier vorne noch weiter gehen. Wir können hier die Treppe hochgehen, ne? Und dann sind wir einfach in einem komplett anderen... Hier oben direkt ein übersehen. Ja, moin. Das ist das Schlafzimmer von Green. Ja, ja. Was? Das ist ja auch gerade eben wahrscheinlich, ne? Lass uns mal schnell einsammeln hier. Komm. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Sonst wird noch sechs Batterien. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nur noch sechs. Das ist echt schon stark. Hier. Ich gucke mal. Ja, noch eine. Ich habe so viele schon eingesammelt. Digga, hier ist ein geheimer Gang. Ja, dann rein da. Ich bin drin. Das ist ein Dachboden. Hä? Wie krass die das hier... Hier ist eine Batterie. Alter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ey, das ist ja richtig schwer zu finden, muss ich sagen, ne? Wenn ihr hier so ein geheimer... Nein! Nein, nicht draufgehen. Nicht draufgehen, Kaspar. Oh mein Gott. Es fehlen noch drei Batterien. Es ist von meinen Augen abgehauen. Da ist noch einer. Es ist von meinen Augen abgehauen. Da war gerade Orange. Noch drei Stück nur noch. Ich sehe noch eine. Ich gucke mir die. Ich habe auch noch gerade eine. So, kurz. Nein. Nein, 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 Orange läuft gerade an mir vorbei. Die kommen beide zu dir. Die kommen beide zu dir. Ja, ich bin hier gerade... Ich bin jetzt hier gerade in der Dingens... Hier ist ein geheimer Lüftungsschacht. Hier ist ein geheimer Lüftungsschacht. Ja, da war ich glaube ich gerade. Eine Batterie noch. Die letzte. Ich gehe rein in den Lüftungsschacht. Ja, ich bin jetzt hier gerade... Oh Gott. Oh mein Gott, die sind beide hier. Ich komme da nicht rein. Aber da kommt einer. Orange läuft glaube ich gerade hier in so ein Dings rein. Ah, Green läuft zu mir. Okay, warte. Wir müssen ja Platz verschaffen. Oh mein Gott. Orange. Es ist eine einzige Batterie. Oh mein Gott, das habe ich gerade fast geholt. Lauf weg jetzt. Ey, nicht dass du jetzt drauf gehst. Ich gehe nicht drauf. Eine Batterie noch. Ey, grün kommt zu mir und er geht nicht weg. Eine Batterie fehlt uns immer noch. Er geht nicht weg. Wo ist die letzte Batterie? Oh Gott. Okay, warte, ich gucke. Ich gucke, ich gucke, ich gucke. Ich habe mich so krass versteckt hier hinterher. Ich habe die Tasche noch ein paar extra rausgemacht. Er hat mich nicht gesehen. Ich gucke, ich weiß, ich weiß. Das kann man gut machen. Wo ist die letzte Batterie? War das nicht gerade eben die, die mich aufgesampt haben? Oh, Green. Die muss runterjumpen. Nein, die wurde schon eingesammelt. Wo bist du jetzt? Unten. Eine fehlt noch, eine fehlt noch. Nein, hier ist Orange. Nein, pass auf, geht da nicht hin. Hoch, hoch, hoch. Da ist keiner, da ist keiner, da ist keiner. Lauf. Was jetzt? Hier. Nein, der hat mich. Hä? Ich gehe gerade durch den Lüftungsschacht. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich irgendwo anders. Ich sehe dich da noch. Ja? Sehe dich da noch. Eine Batterie fehlt noch, ne? Guck mal ganz kurz hier vorne. Ey, wo könnt ihr denn jetzt sein? Ihr müsst ja letztens... Oh, Green ist hier. Green ist hier, nicht mit mir. Green. Oh, du findest die, du findest die. Ja, ich bin gesammt. Du musst doch wissen, wo die ist, der andere. Ist so. Orange! Nein! Ey! So, er hat beide gekillt. Der kommt aus nichts einfach. Mann! Mann! Oh, wo bin ich, Caspar? Wo bin ich? Wo bin ich? Okay, okay, okay. Aber wir sind hier versteckt in irgendwelchen Kartons, ne? Ich weiß, das Ding ist krug. Man, wir sind jetzt hier... Oh mein Gott, in der Regenbogenwelt. Hallo! Was, wie krass sieht die denn aus? Und guck mal, wir müssen jetzt Blöcke finden. 24 Stück insgesamt. Wo sollen die denn sein? Äh, die sind hier irgendwo versteckt. Wir müssen halt die Blöcke wiedergeben. Und dann müssen wir halt noch hier richtig, richtig krasse Sachen machen. Wir sind irgendwie in der falschen Welt. Ah, sag mal. Das sieht auch krass aus hier. Wo sind wir... Was ist das für eine Fabrik hier? Stimmt, das sieht echt richtig cool aus. Guck mal, ich kann auch als Box. Ah, du kannst hier mal ins Box. Oswald Davis. Sag mal, das ist doch dein Opa, oder nicht? Hier Oswald Davis. Gar nicht so. Warte mal. Lass mal hier weiter nach oben gehen. Hä? Warte mal, war da gerade ein Versteck? Wo? Ach, ich bin jetzt hier versteckt. Nimm's spinnt. Alter, ja, moll. Hier kann man nicht entkommen, anscheinend. Also hier ist auch sogar... Wir sind anscheinend sogar eingesperrt, ne? Eingesperrt hier in der Fabrik. Aber warte mal. Wir müssen hier dem Peil folgen. Oh, hier vorne sind doch diese Blöcke, die wir finden sollen noch nicht. Ja, ja, hier sind schon zwei Blöcke gefunden worden. Okay, sehr gut, ja. Was wollen wir noch? Das war ganz... Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Was ist das für ein Geheimweg, den du hier gefunden hast? Hörst du das? Was ist das gewesen? Irgendein Monster oder sowas. Ja. Hörst du das? Pass auf den Rauch da auf. Alter. Hä? Oh mein Gott! Lauf! Lauf weg! Was ist das denn gewesen auf einmal? Alter, ich mach die Tür auf einmal, kommt da irgendwas? Das Regen. Okay, wir haben drei von vier Zeichen gefunden. Also, Lilly wurde gefunden. Hier, ich hab einen Block. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab einen Block, ich hab einen Block. Das war schnell durchziehen, das war schnell durchziehen. Okay, darauf, darauf. Wenn man sich als Kiste versteckt, sieht man es nicht. Dann sieht er einen safe nicht, oder? Oh mein Gott, einer wurde auch gefunden. Das heißt, wir dürfen nicht gefunden werden. Von dem. Dürfen nicht gefunden werden. Wir müssen alle Blöcke finden. Was ist hier denn? Hier sind noch Blöcke. Hier sind noch Blöcke, oder? Ja, ja, hier haben die alle mit. Du kannst mehrere nehmen. Sehr gut, sehr gut. Ah, du kannst mehrere nehmen. Genau, ich hab jetzt zwei Stücke mit. Mhm, sehr schön. Und jetzt müssen wir ihn wieder auf den Tisch stellen, oder sowas, ne? Ja, ja. Okay, dann haben wir jetzt sogar schon... Oh mein Gott, da ist er! Oh Gott, da kommt er, da kommt er! Da ist er! Lauf weg! Was ist das? Hä, der sieht ein bisschen aus wie der von der Sesamstraße. Elmo, oder so. Nee, der hat doch ne Krone. Der Typ hat hier ne Krone auf, und so. Geheimraum! Wartungwelle 12. Oh Gott! Hä? Ist schon auf hier! Oh mein Gott! Wo sind wir denn jetzt? Hier sind auch Pfeile! Was? Da hinten ist ein Block! Da! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Stimmt! Aber sind hier noch mehr? Ähm... Der hier, so. Der ist schon mal wichtig. Kann man hier noch irgendwo langlaufen? Ähm... Ich guck mal grad, hier vorne muss locker auch noch irgendwo einer sein. Frage. Hier irgendwo... Hier ist kein Block. Gruselig, ne? Aber ich weiß nicht, hier oben, wo wir langlaufen jetzt grad, ist doch safe noch einer, oder nicht? Ja! Diese geheime Tür, ja! Okay, du gehst da rein, ich geh hier mal rein. Hier ist noch ein Block! Warum himmst du denn nicht den Block? So, ich hab auf jeden Fall... Warte, ich hab jetzt hier den Block, so. Wieder am Anfang? Guck mal, hier geht's wieder in diese normale Welt rein, siehst du das? Stimmt, warte, ist hier noch irgendwo vielleicht ein Block? Oh, wir haben jetzt fast alle Blöcke gefunden, ne? Okay, dann lass die mal zurückgehen, dann wissen die Leute auch schon mal, dass wir schon mal mehr haben. Ja, der Pfeil ist nach rechts. Wir gehen in die falsche Richtung, glaub ich grad. Hier, guck mal! Nee, hier können wir nicht langen. Okay, wir müssen hier langen, wir müssen hier langen. Hier durch die Tür. Und in dem Pfeil folgen, müssen wir hier durchkrabbeln. Ah, okay. Meinst du nicht, dass da hinten vielleicht noch ein Block übersehen wird, oder sowas? Äh... Hier durchkrabbeln? Gute Frage. Ne, dann ist doch Sackgasse hier, oder was? Ne, hier müssen wir langen. Immer nur den Pfeilen folgen. Hier ist der Pfeil. Und... Oh mein Gott, okay. So, jetzt haben wir ja... Uns fehlen noch vier Blöcke, oder was? Oh, sehr schön. Vier Blöcke nur noch, dann haben wir alle. Also... Na, wo sollen denn die letzten sein? Ich sag dir, die suchen doch alle grad schon überall. Ja, das glaub ich auch. Äh! Pass auf da! Hab ich den gehört, glaub ich, in die Richtung. Ihn gehört? Wow! Erstmal durchkrabbeln, wo geht's hier hin? Macht er jetzt hier die Tür auf? Oh mein Gott. Denkst du, wir müssen uns... ...es Karton verstecken? Genau, ja. Ich weiß nicht genau. Also, ich hab den grad schon wieder gehört. Der war doch da gerade, oder nicht? Ja, der war da an der Tür. Und es sind noch drei Blöcke. Was kann ich sagen? Guck mal! Wir haben alle Blöcke gefunden. Jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt? Ist das denn... Siehst du das auch? Was ist das für ein Ding? So grüne Tentakeln. Ja, ja. Was guckt der uns zu komisch an? Was ist das? Weiß ich... Wieso? Will der die Blöcke klauen vielleicht? Ich glaub schon. Oh nein. Oh mein Gott. Es wurden vier eliminiert. Was? Was? Oh mein Gott. Die nächste Nacht fängt gleich an. Oh nein. Okay. Ich hab Angst. Ich hab sehr, sehr Angst. Also die Frage ist... Was müssen wir jetzt machen? Möchtest du das gleich auch wieder Blöcke finden? Ja, ich glaub... Ne, das weiß ich nicht genau. Ich glaub, es ist jede Nacht eine andere Challenge vielleicht. Oder sowas. Ich glaub auch. Wenn wir alle überleben, dann haben wir es geschafft. Okay, mal gucken. Die nächste Nacht beginnt jetzt in eine Sekunde. Ja, let's go. Und? Klingt, als wäre grün wach. Dieses grüne Monster, oder was? Ich glaub, er weiß, dass wir in dem Raum sind. Oh nein. Wir müssen uns keine Sorgen machen um ihn. Er ist blind. Das heißt, er kann uns nur hören, oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, dann kommt er anscheinend das grüne Monster, oder so. Das kann uns nicht sehen. Jaja, hört sich ganz an. Jetzt müssen wir die Essenspackungen finden. Genau. 15 Stück. Das heißt, jetzt hat... Die eineinig hat schon, glaub ich, ein paar gefunden. Oh nein. Einer hab ich schon. Oh mein Gott, der kommt von unten. Was? Lauf! Lauf! Schnell, lauf, lauf, lauf. Der war... Ich hab ihn noch nicht gesehen. Der war direkt neben mir gerade. Ich hab schon drei Stück. Einer wurde... Einer wurde geholt. Einer wurde geholt. Oh nein. Musst du die hier reinpacken? Hier! Da ist er! Ich hab erst noch reingepackt. Ich hab erst noch reingepackt. Er kann es nur hören, ne? Oder? Weg hier, weg hier, weg jetzt. Oh mein Gott. Die Tür war laut. Ja? Die Tür war laut, glaub ich grad. Hier müssten noch mehr sein, glaub ich. Lass mal aufteilen. Hier, zwei Essensboxen. Alter, zwei Stück in einem Raum. Auf einem Fleck. Sehr gut. Hier ist so ne Burg. Da geh ich mal hoch. Ja, bist du grad... Nach rechts von dir. Oh mein Gott, hier ist so ein Tunnel. Was ist das denn? Du hast mich langsam gemacht. Aber die Tür ist verschlossen hier, Leute. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin jetzt irgendwo... Orange Hideout. Hä? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist irgendwie viel größer als das andere von eben, ne? Ja, die Map ist anders jetzt gerade. Bist du nach rechts gegangen, oder was? Ja, ja. So ne komische Burg rein. Aber da ist noch irgendwas. Was? Ne, also einen hab ich hier noch gefunden. Aber ich muss noch mal nachgucken. Es ist hier ein riesiges Tunnelsystem jetzt. Okay, warte mal. Ich geh nochmal ganz kurz... Ist hier vielleicht was versteckt? Da bist du, da bist du. Hier, genau. Und hier lang jetzt. Was ist denn hier? Ne, hier kann man nicht rein. Ich bin da eben schon hoch. Da oben ist nix. Okay, warte dann komm mit. Hier war eben so ein Geheimgang nach unten. Zeig mal, zeig mal, ja. Warte mal. Ja, ich komm jetzt gerade hier. Hier ist das Theater. Geheimgang nach unten? Oh mein Gott, Digga, das war ein Spieler. Ist er da? Digga, das ist ein Spieler in der Box. Ja, ich bin da auch. Na gut, dann hat er wahrscheinlich jetzt hier schon... Oh Gott, das wird schon wieder einen gefunden. Hat er wahrscheinlich jetzt hier schon die Foodpacks gefunden, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt kommt der andere auch nochmal. Oh mein Gott. Schnell, Karton, Karton, Karton. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Er kommt, er ist da, er ist da. Er bin nicht gesehen, er bin nicht gesehen. Das ist der Blaue, das ist der Blaue. Ich bin im Karton, ich bin im Karton. Er sieht dich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er sieht mich echt nicht. Okay, komm raus, komm raus. Oh nein, er kommt. Er kommt zurück. Er kommt zurück, schnell. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Box, Box, Box. Hier ist ein Strunkkabel, hier ist ein Strunkkabel, aber es geht hier nirgendwo weit. Hier ist nichts drin. Weg, 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 weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir müssen... Oh nein. Müssen wir nach rechts gehen? Hier, hier müssen wir ins Theater. Ins Theater hier hoch. Ah, ins Theater hier hoch? Ja, stimmt. Okay, das Essen wegbringen. Acht Stück wurden schon gefunden. Komm, essen zurück. So, jetzt haben wir nur noch... Oh, da hat auch noch... Vier Stück nur noch. Komm schon. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh, da auch noch Essen, Essen, mehr Essen. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Okay, komm, wir laufen. Wollen wir hier vorne nochmal lang, nochmal langlaufen? Ja, ja, ich glaube da vorne muss locker auch nochmal irgendwas sein. Hier oben ist eine Tür. Oh, nein. Das grüne Monsters da. Ich habe es früher noch nicht einmal gesehen. Was ist hinter uns? Sag mal. Hier, die Werkstatt. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Da ist es. Da kommt er, da kommt er. Hier bin ich. Warte, meinst du, ich traue mich links an ihm vorbeizulaufen. Soll ich? Ne, mach es nicht, Digga, mach es nicht. Dann bist du eliminiert. Ne, hier ist die Märchenwelt. Das ist jetzt falsch hier. Das ist jetzt falsch. Oh Gott. Ich guck, ob das grüne Monsters vielleicht wegläuft. Was auch hier oben? Kann man hier so reingehen? Das hört uns nicht, ne? Das hört uns nicht. You slowed me down. Oben. Ich glaube, der ist auch durchgezogen, der grüne. Ja, der ist weg, der ist weg. Oh mein Gott. Er ist gerade weg. Gerade vor unseren Augen. Oh mein Gott. Da läuft er mit dem blauen, lol. Okay. Aber hier muss es richtig sein jetzt. Hier waren wir doch schon. Hier, hier ist doch jetzt richtig ordentlich. Ey, hier waren wir doch schon. Hier waren wir schon? Na klar. Ja. Okay, ich hab's, ich hab's. Wo jetzt lang? Wo jetzt hin? Berlin. Wohin? Zum Theater. Ja, da ist doch das Monster, oder nicht? Ja, gränsche hin. Okay. Oh Gott, ich lauf. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich locke es gerade weg. Ich locke es gerade weg. Ich lauf, ich lauf, ich lauf. Ich komm, ich komm, ich komm. Jaaaa. Okay, richtig. Alter, das war ganz, ganz knapp gerade. Jetzt haben wir alle Essenspakete gesammelt. Guck mal, das Müsli, das Müsli. Hä? Äh. Sorangen wir uns da, nein. Wo ist denn das? Was ist das denn? Lions, das hat Müsli gemacht. Oh mein Gott, wie viele sind ausgeschieden. Es leben nur noch vier Leute, wie sollen wir denn das jetzt schaffen? Nee, wir sind zu fünf, wir sind zu fünf. Das schaffen wir. Ach, fünf, stimmt, stimmt. Das schaffen wir alles. Okay, warte mal, die nächste Nacht geht gleich los, ey. Wir sind die Besten, das schaffen wir alles. Ist so, ich mach mich schon mal warm. Uah, uah. Ich auch. Und eins, zwei, zwei, drei, vier, fünf. Immer wieder schön hier warm machen. Zack, Box geübt. Die letzte Nacht bricht an. Wir müssen die letzte Nacht noch überleben. Wir müssen die Maschine reparieren. Die Maschine zeigt uns, warum wir wirklich hier sind. Die Lüftungsöffnungen sind undicht geworden. Was heißt das denn? Wir haben anscheinend irgendwelche Fußspuren oder sowas, ne? So, wir müssen jetzt hier... Sicherungen. Sicherungen, okay. Äh... Hier. Hier ist so eine Glühbirne. Ja, sehr gut, sehr gut. Hier ist auch eine, ich hab auch eine jeden Tag. Hier müsst ihr finden. Hier ist noch eine. Ich hab auch noch eine. Das Monster kommt vielleicht von da unten. Äh... Ich weiß nicht, ob es hier noch mehr Sicherung gibt. Ich weiß nicht, dass hier jetzt irgendein Ding gleich kommt. Ey, eben, Mann. Das Ding ist, wir haben jetzt auch noch das Orange-Monster da, ne? Ja, drei Monster laufen jetzt hier schon rum. Oh, noch mal. Ich hab noch mehr Sicherung. Sicherung, Sicherung. Oh mein Gott, das grüne Monster ist direkt vor mir. Ich war das ganz... Ich war das ganz ruhig, bis das grüne Monster weg ist. Das ist direkt vor mir noch. Oh Gott. Oh mein Gott, jetzt seh ich, was ist blau? Was ist das denn? Jetzt kommt das Monster. Pass auf die Lüftungsschächte. Ahhhh. Da gucken Hände raus. Oh mein Gott, das Monster hat einen geholt. Ahhhh. Oh mein Gott, ich wurde erwischt. Was? Ich bin gestorben. Halt's auf. Wie kannst du erwischt werden? Also ich hab grad dieses grüne Monster fast geholt, ne? Also du musst... Ich bin wieder da, ich konnte respawnen. Ey, aber du musst da echt aufpassen, denn du darfst nicht an die Lüftungsschächte ran. Wieso? Da sind Hände, die rausgucken. Ach, als ob? Ja, und die haben die... Auch wenn du richtig weit an denen vorbeiläufst, kriegen die dich trotzdem gegriffen. Du musst da echt aufpassen. Du kannst da nicht lang lang. Oh mein Gott, das grüne Monster ist direkt neben mir. Ich bin doch jetzt extra außen rumgelaufen. Okay, hier muss ich die Sicherung... Guck mal, weitere Sicherung. Ich hab jetzt hier drei Sicherung gebracht. Geh nicht dran vorbei. Alter! Bist du gestorben? Digga, das ist ja... Ich bin ganz links gegangen. Also ich bring auf jeden Fall jetzt die Sicherung erstmal zurück zum Theater. Mann ey, ich bin jetzt auch wieder hier. Jetzt hab ich aber meine eine Sicherung verloren. Verdammt. Ey, da darf man gar nicht vorbeilaufen. Oh nein! Der kommt da, der kommt da. Der darf da auf gar keinen Fall vorbeilaufen. Aber dann ist hier irgendwo... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der ist auf mich grad zugelaufen. Der blaue Hunde ist auf einmal stehen geblieben. Das war ganz, ganz knapp gerade. Wie können wir denn am besten orange füttern? Wir müssen orange füttern. Orange füttern? Gute Frage. Oh Gott. Uns wird glaube ich... Wirklich sauer. Ja, hier ist meine. Okay, jetzt sind gerade keine Arme da dran. Wir müssen gar nicht vorbeilaufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Fußspuren zeigen auch wieder dahin. Letzte Sicherung dann. Letzte Sicherung dann jetzt. Hier! Ich hab die beiden. Ja! Dann los! Irgendhin! Schnell, das ist die letzte Nacht! Ich komme! Und der Generator wird uns zeigen, wie wir wieder nach Hause kommen. Jawohl! Und ab, Rainer mit und zack! Rainer! Sehr gut! Endlich! Oh Gott! Was passiert jetzt? Die Maschine geht an! Der Generator geht an! Was passiert jetzt? Was passiert? Das sollte nicht passieren! Was ist das denn? Was? Oh nein! Was? Oh nein! Es ist zu dunkel, um die Maschine zu sehen! Oh nein! Es sind noch mehr... Ja, er ist ausgeschalten worden, direkt vor meiner Nase! Oh mein Gott! Vier Leute nur noch! Ey, was? Es ist einfach mitten in der Nacht! Es ist einfach übel dunkel! Okay, Kaspar, er lässt uns gehen, ne? Wenn wir quasi... Okay, wenn wir... Wenn wir diesen Power-Generator wieder anmachen! Ja! Und wir haben sogar Taschenlampen! Okay, aber da waren irgendwo Taschenlampen! Okay, dann erstmal eine holen hier! Ja, ich schnappe mir auch gerade eine! Es sind noch vier Stimmen, ne? Zack! Kannst sogar noch Verleuchtung anschalten, das ist auf jeden Fall auch gut! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Jetzt müssen wir anscheinend neun Batterien finden! Wo sind die denn jetzt hier? Neun Batterien! Die gehen jetzt glaube ich hier rund! Der geht noch... Oh mein Gott! Pass auf da jetzt, ne? Okay, hier ist glaube ich nichts! Oh, ist hier vorne irgendwo noch... Was sind hier Batterien? Hier sind noch Batterien drauf! Aber ich kann da nicht hin! Ne, ne, die sind auch die falschen! Das sind nur die Videobatterien, oder? Okay, wir brauchen diese... Richtig guten Batterien, oder was? Ja, ja, ja! Pass auf die Arme auf, ne? Oh Gott! Ja, ja! Ich wollte es gerade sagen! Hier ist... So sehen die also aus! Okay, die sind echt... Nummer eins! Hier noch einer! Oh Gott, sehr gut! Nummer zwei! Oh mein Gott, ich höre einen! Ich höre auch im Lüftungsschacht schon wieder! Oh mein Gott! Der krabbelt zum anderen Lüftungsschacht! Pass auf da jetzt gleich! Der krabbelt uns hinterher irgendwie! Ja, ja, safe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Lauf! Lauf! Batterie! Hier ist die Batterie noch! Lauf weg! Ne, hier ist auch keine mehr! Dann hoch vielleicht! Ja, oder wir gehen hier weiter! Oh, schnell hoch! Ja, warte, ich gucke einmal oben! Oh nein! Ich kann nämlich noch hier nach unten laufen! Oh nein! Die Hände sind nämlich gerade nicht da! Jetzt kann ich hier nämlich in den Raum reingehen! Wo ich eben nicht konnte! Aber hier sind... Keine Batterien! Ja! Bist du lang gelaufen jetzt? Hier lang oder was? Hier links? Ja! Okay, sehr gut! Okay, warte mal! Pass auf! Pass auf die Hände auf! Dann lassen wir jetzt hier! Oh mein Gott! Der kommt gleich! Lass hier kurz die Batterien wegbringen! Ja, safe, safe! Aber wir haben jetzt nämlich schon... Echt viele gefunden! Oh Gott, da kommt der! Da kommt der! Hast du die rangebracht? Ja, hab ich rangebracht! Sicher? Hast du nicht! Warte mal! Oh Gott! Nein! Nein! Er sieht uns! Karton raus! Karton raus! Oh mein Gott! Er sprintet! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Du hast dich bewegt! Digga! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Pass auf! Du musst jetzt so bleiben! Gleich kommt dieser kleine Racker, ne? Ja, ich bleib so! Ich bleib so! Alter! Du darfst aber nicht in seiner Linie sein! Du hast die Batterien nicht abgeben! Du hast drei Batterien, ne? Zwei Stück! Er kommt jetzt! Durch die Tür? Nein! Oh! Warte mal, das ist knapp gerade! Oh mein Gott! Okay, ich bring die Batterien jetzt weg! Okay, noch eine Batterie, ne? Eine Batterie! Eine letzte, eine letzte! Ich bin jetzt auch gerade mit dir unterwegs! Ja! Hier lang! Hier lang! Oh! Ja! Haben wir es geschafft! Ja! Wir haben es! Wir haben es! Sehr gut! Und jetzt geht der Generator wieder an! Wir haben es wieder Strom! Licht! Wir haben wieder Strom! Also er lässt uns jetzt gehen! Aber wir müssen unsere Party Tickets einlösen! Ah! Also er macht so eine Abschiedsparty! Okay, okay! Korrekt! Aber... Wollen wir überhaupt eine Abschiedsparty haben? Wenn die Party vorbei ist, dann lasst ihr euch alle gehen, sagt er! Ich verspreche es! Er verspricht es! Ich meine, guck mal, der wird doch nicht dem Versprechen brechen oder was! Also warum sollte denn... Ist ja einer draufgegangen? Oh! Wir sind noch zu dritt! Was? Oh nein, ey! Okay, also... Ist halt die Frage... Denkst du... Ich warte mal, der ist typisch Veteran, ne? Hier, mein Ticket! Mein Ticket! Auch ein Ticket! Aber ich weiß nicht, ob ich da reingehen möchte! Lol! Das muss doch rein hier in den Automaten! Hä? Hast du das jetzt gerade reingemacht? Ja! Oh mein Gott! Mach auch rein, komm! Er meint so, I won't get hit! Oh nein! Mach auch da rein jetzt! Schnell, komm! Ich mach Box! Was machst du?! Ich bin doch nicht alleine hier auf der Party! Ich bin so froh, dass du es geschafft hast, sagt er! Ich glaube, jetzt hast du es... Oh nein! Jetzt hast du irgendwas gemacht, weil du es da reingesteckt hast! Jeder soll ein Stück Kuchen bekommen! Siehst du das auch? Ja, ich sehe es auch! Und dann kannst du in den Ausgang nach Hause! Viel Spaß dann! Ah! Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist! Ey, du musst jetzt die Tickets machen! Ihr hättet die abgeben müssen! Nein! Guck mal! Wir sollen die Ballons nicht... Ist ne Hobby! Wir sollen die Ballons nicht kaputt machen! Don't pop the Ballons! Oh nein! Oh! Oh mein Gott! Oh nein! Wieso hab ich überhaupt so nen Hut auf? Ist so, weil du das Ticket gemacht hast! Jetzt! Nicht berühren, nicht berühren! Okay, okay, okay! Nicht berühren die Ballons! Hier ist der Kuchen! Hier ist der Kuchen! Hier und jetzt? Hier raus einfach nur durch den Ausgang, oder wie? Ja, aber wir müssen doch erstmal die Dings finden, oder nicht? Diese Tickets! Ja, im Ballon! Nein, der platzt jetzt hier! Der platzt genau bei uns! Er kommt! Nein! Nein! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Oh mein Gott! Hoch, 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 hoch irgendwie! Geht nicht! Man kann nicht springen, man kann nicht springen! Oh mein Gott! Leiter, hier ist eine Leiter! Leiter, Leiter, nimm die Leiter! Nimm die doch! Das geht nicht! Ich kann mich auch nicht in eine Box verkriechen! Der kommt jetzt! Oh mein Gott! Wir müssen die irgendwo hinschieben! Jetzt! Es geht runter! Es geht runter! Noch weiter! Die Box ist ein Weg! Jetzt! Jetzt hoch! Lauf! Da kommt der! Jetzt hinter uns! Beeil dich! Oh nein, oh nein, beeil dich! Beeil dich, beeil dich! Hier lang, hier lang! Oh mein Gott, der ist direkt hinter uns! Hier ist Licht, hier ist Licht! Ich weiß nicht, das sieht aus wie tot! Oh mein Gott! Nein! Ducken! Ducken! Du hast recht, du hast recht! Es hinter uns! Lauf! Da! Er ist ganz da! Oh mein Gott, hier im Zaun! Da bin wir raus! Kann wir echt denn kommen? Ja! Oh Gott! Ich weiß nicht! Oh Gott, ich hab so Angst! Kommt der da jetzt raus? Kommt der da jetzt raus? Jetzt hier! Mach auf! Nein! Da kommt der! Oh oh, er kommt! Oh nein, wie schnell er ist! Wie schnell er ist! Er sieht auch so hungrig aus! Oh! Oh mein Gott! Guck mal! Er geht zurück in die Fabrik und ist eingesperrt! Können wir jetzt hier rausgehen? Oder? Wir haben überlebt! Ja! Juhu! Wow! Was? Wir sind zurück, Kaspar! Was geht da, Brox? Und du auch hier? Wir sind hier wieder bei den Rainbow Friends, sehe ich gerade! Ja! Und das ist auch ganz gruselig! Ich hab nämlich eben schon einen rumlaufen sehen! Die wollten mich auffressen! Ja! Aber diesmal ist es sogar eine Obby! Das heißt, wir müssen die Obby schaffen und nicht die Story! Guck! Ich sag doch! Die sind ganz böse! Ich weiß! Guck mal! Hier ist das eine Monster mit der Krone immer! Und auch hier dieser... Ja! Ich sag dir diesen... Au! Das liegt an dir! Ich mach doch gar nichts! Ich stehe hier! Ich hab dich nicht mal gesehen! Ich bin berührt hier! Hier ist anscheinend irgendwie dieses Teil! Mann ey! Das ist doch alles weh die ganze Zeit! Okay! Also! Das ist jetzt hier die Fabrik! Und wir werden hier rauskommen heute oder wie? Ja! Also unser Ziel ist auf jeden Fall heute der ganzen Sache zu entkommen und zu schauen, was sich am Ende befindet! Guck mal! Hier sind richtig dicke Fässer und sowas! Säure auch und sowas! Also ich könnt mir vorstellen, dass die Rainbow Friends nur leben! Das sind ja eigentlich so Plüschtiere oder sowas! Ja! Dass sie nur leben, weil die irgendeine Säure getrunken haben oder da reingefallen sind oder sowas! Stimmt! Guck mal hier! Hier dürfen wir anscheinend den grünen Ballon nicht berühren! Keinen grünen Ballon! Ah! Das ist Fake! Wie das ist Fake? Ich hab den grünen... Ich hab grad den blauen berührt und bin trotzdem gestorben! Ah stimmt! Ich hab auch... Ich hab auch den mir berührt! Du darf generell keine Ballons berühren! Okay! Ey! Was? Ich bin wieder am Anfang! Jetzt kann man hier... Die gehen alle die ganze Zeit drauf! Sie sind richtig schlecht! Ach man sieht auch... Ach guck mal! Man sieht auch den Weg unten! Es ist halt ja... Es ist wirklich... Setz mal eine Brille auf! Da auf die Glocksporten! Ach das sehe ich ja jetzt erst! Oh mein Gott ey! Hol dir mal den Checkpoint hier! Checkpoint ist geholt und... Und jetzt kann nur eine Tür richtig sein! Wähle weise! Sag ich nur! Ich weiß schon welche es ist! Aber wähle weise! Ey! Mal gucken wie lange es dauert! Ja bestimmt weil du die ganze Zeit geguckt hast! Wir schauen mal ob du weißt welche es sein! Ich weiß welche Tür das ist! Die Tür! Ja nicht schlecht ey! Nicht schlecht! Okay richtig geraten! Aber jetzt sind wir einfach hier in der Zelle ne! Ey das ist ja echt fabrottiert! Ich weiß aber jetzt müssen wir hier durchgehen! Oh mein Gott hier wurde auch ausgebrochen! Oh mein Gott das ist so viel in so einem Minenschacht hier! Aufpassen das steht hier überall ne! Okay müsst ihr jetzt hier... Müsst ihr den Weg nach draußen finden? Oh mein Gott Geheimweg! Hier oben! Hä? Ne du hängst einfach nur fest! Oh Mann oh! Nein ich häng da hinten! Ich tanze! Das ist Karma! Ich häng dich jetzt! Ich bin am Tanzen! Das ist Karma dass du mich da veräppeln wolltest! Ey Mano! Tja dann musst du dich wohl respawnen lassen ne! Doof gelauf! Los setz dich zurück! Los! Wehe ich habe den Checkwater nicht bekommen ne! Doch hast du! Aber ich habe natürlich den Checkwater nicht so lost wie du ey! Ich habe es trotzdem jetzt ganz schnell wieder geschafft ne! Ich brauche wenigstens nicht ohne Versuche dann! Okay wollen wir noch eine kleine Challenge machen! Wir sagen ab jetzt nicht mehr drauf gehen okay! Ich werde nicht drauf gehen keine Sorge! Oh warte mal! Hier ist es ganz ganz gefährlich ne! Guck mal hier! Ich habe etwas Geheimes gefeuert! Hier ist ein Abzeichen! Oh mein Gott! Oh das hätte ich so gerne! Das ist ein blödes Abzeichen! Das kannst du dir sonst wohl entschieben! Das Abzeichen ist richtig heftig! Ich will nämlich den Ausgang finden! Den finde ich nämlich hier als erster jetzt! Das Abzeichen ist nämlich richtig heftig ne! Das ist eines der krassesten Abzeichen! Du hättest halt direkt links gehen müssen ne! Das ist nicht krass! Das ist nicht krass! Du hättest direkt links gehen müssen! Oh nein hier ist eine Sackgasse! Du musst noch echt links gehen? Ne am Anfang war ich links! Aber das Ding ist! Ich habe jetzt nämlich den richtigen Weg jetzt nämlich! Oh mein Gott! Ich bin ja auch nicht gerade drauf gegangen! Warte! Alles gut! Muss ich hier? Ne hier ist die! Okay warte ich glaube ich habe den Weg jetzt gefunden! Das ist auf gar keinen Fall den Weg oder? Jetzt muss ich hier noch da lang laufen! Hier lang laufen oder was? Ja hier ist noch eine Sackgasse! Ich glaube jetzt hier lang laufen! Hier ist auch eine Sackgasse! Hä wo geht denn das hier lang? Sag mal! Ah! Ich hab's! Oh nein! Ich habe das Abzeichen! Und ich habe zuerst den Ausgang gefunden! Nein! Wie unfair ist das denn bitte? Ne das ist weil du einfach tryharden wolltest und direkt zum Ausgang gehen wolltest! Ja ich wollte! Ey komm das ist immer rechts lang! Ich weiß nicht wieso es jetzt auf einmal... Ey! Aua! Ich weiß nicht wieso es jetzt auf einmal links lang geht! Oh ich kann auch Admins Commands kaufen! Nein! Du findest es ja immer noch nicht! Ich weiß gar nicht wo ich lang muss! Wie schlecht bist du denn? Ey das ist ja auch der gleiche Typ die ganze Zeit der hier rumläuft! Ich verstecke dich jetzt hier! Du wirst den Weg niemals finden! Hier! Das sieht doch gut! Ja! Na siehste! Sag mal! Okay! Nicht schlecht! Und jetzt hast du dich hier irgendwo versteckt! Oh Gott das Wasser versteckt hier! Ich stehe doch hier neben dir! Lol! Jetzt seh ich dich erst! Ja! Gutes Versteck hattest du da auf jeden Fall am Start! Also hier müssen wir jetzt auf jeden Fall... Schnell! Schnell! Oh Gott! Oh Gott das Wasser geht... Okay jetzt müssen wir mal warten! Als nächstes hier hingehen ne? Auf das Ding! Nein! Doch nicht so! Ich wollte eigentlich... Und dann muss ich als nächstes... Der Rüst auf den Rainbow Friend drauf! Nein! Nein! Der Rainbow... Wow! Hey! Ich bin im richtigen Moment doch noch abgesprungen! Ja du musst doch erstmal auf dieses eine Ding hier rauf! Siehst du das dem hier? Ja ja ja! Den Stein da meinst du ne? Den Stein hättest du erst rauf gehen müssen! Hallo! So ich warte ganz kurz! So hier R! So jetzt durch hier! Komm! Hier auf das... Geh ich jetzt schon mal rauf! Ja! So! Man muss ja wirklich langsam Step by Step muss man machen ne? Ja man muss ja... Das ist ja Marathon ne? Ist Marathon! Traust du dich auch zwei auf einmal zu machen? Jetzt gleich direkt in die Höhle rein? Naja jetzt... Jetzt bin ich ja hier schon durch! Ich hättest auch direkt in die Höhle reingehen können! Du hättest auch einfach in die Höhle direkt reingehen können ohne SOSB zu gehen! Hätt ich ja auch! Aber... Musste ich ja nicht machen! Guck mal ich zeig dir mal wie ein Profi das macht! Du hast ja richtig Angst gehabt! Hast du gesehen? Sag! Ich musste erst mal auf dich im Labyrinth fahren ne? Wieso? Gar nicht! Erzähl den Leuten hier mal keinen Quatsch! Ich bin direkt wieder hergekommen! Ich hab alles auf Aufnahme! Alles auf Schwarz-Weiß! Guck mal hier steht kein Entkommen! Oha! Ja das siehst ja wohl auch dass da ein Zaun vor ist! Natürlich ist da kein Entkommen! Ja das heißt wir müssen halt echt diesen kompletten Weg lang laufen ne? Also hier sind ja schon so Regenbogenfarbenartige Glühbirnen! Übrigens du hast ja gesagt lass probier nicht drauf zu gehen du bist direkt drauf gegangen! Ja bin ich nicht! Du bist direkt drauf gegangen! Du hast recht! Einmal bin ich eben drauf gegangen! Nur einmal! Ah genau! Okay jetzt haben wir... Oha! Wo sind wir hier bitteschön? Ich hab ein gutes Gefühl dass wir hier lang müssen! Das kenn ich gar nicht aus den Regenbogenfreunden so ein riesen Ort ne? Nee das ist hier auch irgendwie noch so ein geheimer Fabrikraum oder sowas! So jetzt hier in den Luftballon! Oha! Mich hat fast der Vorhang aufgehalten ne? Ich hab fast aufgehalten von diesem Vorhang! Alles gut ich muss hier kurz was nachgucken und zwar ist da ein Geheimgang ne? Den hab ich gerade entdeckt! Ja nochmal aufgehalten! Also echt! Also echt! Okay die Runde heute geht an dich von mir aus! Du weißt doch auch nicht wo lang gleich! Ja klar da stehen doch sogar Pfeile wo du lang sollst! Wir zeigen dir sogar Pfeile an! Ein kleines Baby schafft das ja mehr! Ja was ey! Da war halt ne unsichtbare Wand bei mir! Kann ich was dafür? Ne unsichtbare Wand! Genau! Ist ja so! Ist ja so! Okay jetzt bin ich jetzt schon mal... Ich bin jetzt hier anscheinend... Oh hier sind alle Süßigkeiten schon raus gegangen ne? Ich hätte gerne jetzt die Süßigkeiten gehabt! Aber... Leider gibt's die dann nicht ne? Ey! Das ist ein Fake-Brett! Das war ein Fake-Brett! Oh mein Gott! Wie schlecht! Wo bin ich denn jetzt? Wie schlecht! Ja wieder am Sp... Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Ich hab das Fake-Brett auseinander genommen! Hä? Axis-Matrix! So! Okay jetzt! Ich hab auf jeden Fall grad das ultimative Abzeichen jetzt noch bekommen! Das heißt... Hä? So ein Seltenes? Oder was? Ja ja! Du musst in das Fake-Brett reinspringen! Dann kriegst du so ein weiteres Abzeichen! Jetzt hab ich schon zwei und du hast null Abzeichen! Jajajajaja! Lass mich mal erst mal gucken hier! Und zwar gibt's hier noch irgendwie einen Geheimweg wo man runter muss! Ich weiß aber allerdings nicht genau wo der ist! Ja das ist das Fake-Brett! Hä? Soll man hier unten auf das Fake-Brett drauf springen oder was? Ja du brauchst das Abzeichen! Wie einfach drauf? Hä? Ah! Ha! Du Assi! Ah! Du Assi! Da war gar kein Abzeichen oder? Ah! Alter wie kann man so ein Assi sein! Ja! Als wenn du dir das nicht gewartet dass er sich da rauf springt! Ja warte warte warte! Ja natürlich hab ich darauf gewartet! Alter! Aber ich bin trotzdem irgendwo komisch gespawnt! Also ich war dann auf einmal auf der Map drauf! Ja! Ah komisch! Keine Ahnung! So das heißt jetzt hier einfach rüberspringen jetzt hier aufs Holz! So! Ja! Zack! Immer noch drehen jetzt auf die Glühbirne hier! Das sieht doch gut aus! Oh Gott oh Gott! Und jetzt hier auf die Treppe drauf! Und dann direkt raus hier! Zack! Nicht mehr lang rumquatschen! Dann berühren wir jetzt auch hier draußen! Oha! Jetzt guck mal! Hier ist sogar der Blue Rainbow! Einfach als Ausstellung! Ist der nur aus Pappe? Und dann sagt er auf jeden Fall nichts mehr essen ab dem Punkt hier! Wir können nicht durch! Hä? Lüftungsschacht hier oder? Lüftungsschacht da! Oh Gott das brauchst du erstmal wieder 100 Jahre um hier rauszukommen! Oh nein! Ich nehm dich an die Hand Kasper! Kein Problem! Nee du bist hinter mir! Was willst du? Ich nehm dich an die Hand! Ach du bist natürlich jetzt wieder falsch gelaufen ne? Ach das war natürlich klar! Ich bin nicht falsch gelaufen! Das war natürlich klar! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin jetzt hier schon fast beim Ausgang! Was? Sooo! Hier kurz durchlaufen! Und Ausgang! Easy! Das kann nicht sein! Easy! Oh mein Gott! Das kann nicht sein dass du schon beim Ausgang bist! Hier! Hä? Das sieht ja richtig krass aus jetzt hier gerade! Ey! Ja! 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 So! Und zack! Alter! Wie ein Profi bin ich hier! Okay! Okay! So! 1200 Robux! Was hast du gekauft? Nichts! Für 1200 Robux! Ja! Hä? Ich bin jetzt kurz kurz drauf gehen lassen! Hä? Was hast du? Ich hab mir da was gekauft aber es ist nicht da! Karma! 1200 Robux hat das gekostet! Was hast du denn denn geholt? Was kostet denn die? Ich wollte die Laserwaffe haben und ich damit abschießen! Ach! Was! Du Assi! Aber ich sehe! Herrwalds wenn du die jetzt ausgegeben hast und du jetzt nichts bekommen hast! Ich hab's nicht! Ich muss wahrscheinlich das Spiel neu starten! Dann muss ich auch wieder von vorne anfangen! Ah! Nee! Das ist blöd! Alter! Einfach Robux ausgeben und nix bekommen! Passiert! Passiert! Kann man nichts machen! Wie kann man nur so schlecht sein! Was hat es mit schlecht sein zu tun? Ja! Wenn du sowas kaufst und auf einmal hast du so ein Pech gehabt! Ja! Mann! Bin ich schlecht! Ja! Was ist ja so! Du bist genauso schlecht als du! Ja! Ich hab was gekauft und es kommt nicht an! Mann! Bin ich schlecht! Also logisch! Weil du so schlecht bist hast du das nicht bekommen! Ja! Weil ich so schlecht bin! Ja! Ist so! Das hat sehr sehr viel Sinn! Ja! Ist ja so! Also erstmal bist du wieder schlecht! Weil ich hab jetzt hier erstmal ganz kurz das Abzeichen geholt! Was ist das Abzeichen? Das ist jetzt das zweite was ihr jetzt habt! Also wirklich! Das ist so bait! Das ist gar safe! Kein Abzeichen! Doch! Du hättest vor der Tür! Ja! 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 So jetzt bin ich auch schon fast wieder! Ja! 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 Wie du die Laser-Kanonen wie du die gekauft hast ne! Wieso? Genau so ein Abzeichen ist da ne! Wahrscheinlich! Du lügst doch ja heute! Du hast das Abzeichen jetzt eben geholt! Du hast was vom Lügenkuchen gegessen glaube ich! Was ist denn Lügenkuchen? Ist ja so! So und jetzt geh ich durch die Tür! Okay! Jetzt hab ich schon mal! Und jetzt müssen wir hier lang! Mir fehlen lang! Also es steht! Es steht! Man kann anscheinend 5 Abzeichen sein! Ich hab jetzt erst mal 2 gefunden! Jetzt müssen wir nämlich auf diese Gondel hier drauf! Und dann können wir nämlich damit durchziehen! Wie eben schon jemanden droht durchziehen sie! Ah! Na gut! Auf den billigsten Trick! Oh nein! Aua! Ja! Du bist natürlich auch drauf gegangen! Ja ja! Natürlich auch drauf gegangen! Aber auf den billigsten Trick bist du da gerade reingefallen! Habe du den Sprung nicht geschafft hast! Hä? Man muss da nicht rüber! Du musst das geheime Abzeichen finden! Was für geheimes Abzeichen? Das ist doch selber auch Fake gewesen! Dein komisches Abzeichen! Nein! Nix da ist Fake! Hier hin! Wann muss man denn hin? Ich hab das schon 2 Mal probiert! Ohha! Wo bin ich denn jetzt hier gerade! Bist du durch die Tür durch oder wo bist du? Das sind ja einfach krasse Regenbogen hier! Yo! Oh! Hier lang? Das sieht ja wunderbar heftig aus! So, zack, 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 okay und dann So, hier hoff die Fässer noch drauf Genau, kurz auf diese ganzen Regenbogenfässer Und dann kann man jetzt hier noch durchgehen Oh mein Gott, die Regenbogentreppe, die krasse Ich weiß, sie geht sogar nach unten, ne? Also jetzt echt aufpassen Sonst kann das hier echt böse enden Oha Oh, hä? Das ist das Ding, du siehst hier auf jeden Fall Das ist ein Monster gerade in die Lüftung Ja, in die Augen sieht man, ne? Das heißt, man muss dann abwarten, bis die Augen weg sind, ne? Oh, ja Hä? Was war das denn? Was schreist du so? Wieso, hier gibt es nichts rum zu schreien? Wieso freust du dich so? Kam, habe ich in der Box Hast du mich abgeschossen? Nein, nein, habe ich nicht Ich habe leider keine Läder für mich so, oder? Okay, so, ich gehe jetzt schon durch die Tür durch Oh, mal schön ab hier, zack, so, Checkpoint Alter, was ist denn die Applikier? Das von Orange hier anscheinend sein Geheimversteck Stimmt Hier können wir jetzt nicht hingehen Und dann können wir jetzt hier sein Geheimversteck hier finden Ah, schnell raus hier Ich mag Orange nicht Ich mag Orange Der ist echt in meinem Lüftungsschacht drin Das ist echt immer richtig crazy Seine Lieblingsfarbe auch orange? Ne, man ist rot Okay So, jetzt hier schön vorbeispringen Okay Okay, sehr gut Jetzt hier durch Oh mein Gott, hier ist einfach noch ein Ding Das 3 Dritte von 5 Das kann nicht sein Ey, die kannst du alle übersehen Du hast keine Anzeige 3 von 5 Äh, nein Hast du eine? Gut, weil du vielleicht nicht das erste Abzeichen Oder weil du überhaupt gar keins hast Ja, ja, ich habe gar keins So, hier soll man keine Ballons kaputt machen Ja, hier Okay, dann laufe ich hier nochmal ganz kurz an den Ballons vorbei Oh, ja Alter, ich bin schon wieder draufgegangen Und dann Ja, das ist ja Ah, wir sind jetzt hier bei dem Kuchen Stimmt Ähm, Dinge Ach, das ist doch das, dass der Kuchen zu entkommen oder nicht? Und ich dachte gerade, man muss auf diese doofen Boxen draufspringen, Alter Man muss hier rechts rumgehen Ach, lol Ah, ha Du Assi Wie kann man so Assi sein? Also heute bist du echt so ein richtiger Assi, muss ich sagen So, jetzt können wir hier Oh, schade Da ist noch eins Jetzt habe ich auch mein erstes Ja Man muss bei dem Wolfgret runterspringen, lol Was laberst du hier in dem Wasser Hier in den Dings ist eins drin So, jetzt habe ich vier von fünf Also ich war auch jetzt hier Ich war jetzt mein viertes von fünf Jetzt will ich mir noch eins Weißt du, die Frage ist Was bringen dir Abzeichen Von denen du dir eh nichts kaufen kannst Wenn du gewonnen hast Ich habe, ich kriege halt dafür einfach Robux Sehr gut Ich habe einfach Robux Gewonnen Ich habe gewonnen Ich habe gewonnen Du kriegst gar nichts davon Und da ist das letzte Jawohl Oha, ich habe das geheime Ende freigeschaltet Oha Wahrscheinlich geheimes Ende Wahrscheinlich Wie willst du das denn erzählen? Wie geil Wie willst du das denn? Das kauft dir keiner ab Es regnet Robux Das kauft dir keiner ab Und jetzt bin ich einfach Äh, ich bin jetzt hier hingespaunt? Ja, du musst so geradeaus Jetzt durch dieses Portal da durchlaufen Ich bin jetzt einfach bei den Bei den Winners Ja, ich auch Das ist ja richtig Das ist ja richtig crazy Let's go Und wir haben es geschafft Sehr gut Das hat es auf jeden Fall gewesen sein, Freunde Wenn ihr von noch mehr sehen möchtet Lasst gerne ein Like und ein Abo da Checkt die beiden Videos aus Haut rein, bis morgen Ciao, ciao Ciao